Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Videolog Corona-Finanz. Mein Name ist Chin Mayer. Ich bin bekannt als Finanzkabarettist. Und ja, ich bin jetzt hier in meinem kleinen improvisierten Homestudio im brandenburgischen Hinterland. Das hat eine kleine Geschichte. Meine Frau fragte mich, ob ich weiß, was ein Testbild im Fernsehen ist. Und ich wusste das. Das war das Bild, was man nach Sendeschluss in den 70ern und 18ern sendete. Und daraufhin meinte sie, du bist Risikogruppe. Und jetzt haben wir uns quasi auf Datsche zurückgezogen, wie man sagt. Das hat übrigens auch Vorteile. Internet. Also in Berlin, alle sind im Netz. Das bricht ständig zusammen. Du kannst irgendwie nichts hochladen, ohne mehrfach einen Herzinfarkt zu kriegen. Und hier in Brandenburg gibt es so wenig Menschen, die das Wort Internet überhaupt kennen. Alles reibungslos. Wer hätte gedacht, dass man mal für Internet nach Brandenburg fliehen muss. Auf meiner Seite rechts ist der indische Gott des Gelingens, Ganesha. Und in diesem Sinne, toi toi toi, möge diese Krise möglichst glimpflich mit uns umgehen. Und um das umzusetzen, habe ich dieses kleine Finanzlog ins Leben gerufen. Es gibt ja Entwicklungen, die sind beeindruckend. Reden wir nicht immer nur über die, die aufgefangen werden von einem Wohlstandsnetz. All die Friseure, die kleinen Selbstständigen, die Betreiber kleiner Gaststätten oder Theater. Komm, reden wir mal von den Menschen, die wirklich vorm Ruin stehen. Reden wir von Adidas, Deichmann, H&M. Ja, die haben ja sofort nach Verabschiedung des Gesetzes zur Begrenzung der Auswirkungen von Covid-19 gesagt, wir zahlen keine Miete mehr. Und da ging ja ein Aufschrei durchs Land. Viele sagten, Boykott! Na, mal ganz ehrlich, vor einem bereits geschlossenen Geschäft stehen und boykottieren, das ist vielleicht in etwa so effektiv, als würde man vor der neuen Wohnung der Ex-Frau stehen, die bereits mit jemand anders zusammengezogen ist und nochmal ganz laut hochrufen. Übrigens, ich trenne mich jetzt von dir! Ja, Adidas war ja schon immer sehr erfolgreich darin, wenn es darum ging, im Haifischbecken des Kapitalismus mitzuschwimmen. Und als Weltkonzern ist man ja gerade so verpflichtet, irgendwie sämtliche Produktionen an schlecht bezahlte und schlecht gesicherte Näheren nach Bangladesch auszuladen und kommen. Und geschenkt, geschenkt auch, dass die Gründer Rudolf und Adolf Dassler NSDAP-Mitglieder waren, geschenkt. Ja, und dass Adidas Arbeitnehmerrechte, ähnlich wie H&M übrigens auch, schon sehr früh unter Quarantäne setzte, schon vor Covid-19. Das war gerade so visionär, haben die gesagt, nein, Arbeitnehmerrechte gehören in Quarantäne, die dürfen nicht mehr angerührt und überhaupt ausgeholt werden. Also, die mussten isoliert werden von den Arbeitern. Oh komm, auch geschenkt. Oder dass Horst Dassler in den 80er Jahren, der quasi der Pate aller Sportkorruption wurde und auch im großen Basketball-Skandal in den USA 2017 Adidas ganz vorne mit dabei war und einer der führenden Manager verhaftet wurde. Alles geschenkt. Ja, aber dass sie Kanye West immer noch als Werbefigur verwenden, den Trump-Freund. Und Adidas, wie tief kann man als Konzern eigentlich fallen? No, und ich schlug dann gestern im Berliner Kurier der Zeitung für die Schreibe vor. Ich habe gesagt, Leute, wenn ihr Corona-negativ seid und so einen Verantwortlichen sieht in seiner Limousine, klopft einfach mal fröhlich an der Ampel ans Fenster, wartet bis das Fenster runtergeht, zieht die Gesichtsmaske runter und dann hustet ihm eins. Und diese Aktion scheint Erfolg gehabt zu haben, denn Adidas hat heute verkündet, sie würden ihre Mietzahlung wieder aufnehmen. Danke Adidas, danke, dass es neue solche Zahlen gibt, dass Menschen einfach in der Krise auch näher zusammenrücken. Das wollen wir auch tun. Ich freue mich auf Anregungen von euch. Schreibt mir doch mal, wenn euch was auffällt, auffällt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Anregungen habt, einfach hier auf Facebook eure Kommentare hinterlassen. Ich freue mich drauf, wenn es dann bald wieder heißt Corona-Finanz mit Chin Mayer. Dankeschön.